Herzlich willkommen bei Phoenix zu Unter den Linden. Sie ist eine schwierige Beziehung und sie ist vielschichtig, die zwischen der Türkei und Deutschland. Nazi-Methoden lautete der Vorwurf des türkischen Präsidenten an die deutsche Bundeskanzlerin. Diese Eiszeit ist erst ein Jahr her. Doch nun plötzlich Tauwetter. Es wird sogar über deutsche Hilfen für die türkische Wirtschaft gesprochen. Der Türkei steht das Wasser bis zum Hals, zumindest wirtschaftlich. Und das spätestens seitdem der US-Präsident der Türkei den Handelskrieg erklärt hat. Darüber wollen wir jetzt diskutieren. Erdogans Krise, die Türkei im freien Fall. Und ich begrüße dazu herzlich meine Gäste. Michael Roth, SPD-Staatsminister im Auswärtigen Amt. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und Cem Özdemir, Bündnis 90 Die Grünen, bis vor kurzem Parteivorsitzender und jetzt unter anderem stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Herzlich willkommen auch Ihnen. An Sie beide zu Beginn die Frage, befindet sich die Türkei wirklich im ökonomischen Sinne im freien Fall, Herr Roth? Die Türkei ist in einer schweren politischen und in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Das muss uns alle beunruhigen. Es gibt außerhalb der Europäischen Union zu keinem anderen europäischen Staat so enge politische, soziale, auch vor allem menschliche Verflechtungen. In Deutschland leben drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln. Denen sind wir in ganz besonderer Verantwortung. Aber die Probleme, die wir derzeit haben, können von außen nicht gelöst werden. Ob die Türkei nochmal die Kraft aufbringt auf dem Weg in Richtung europäische Werte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und ob sie auch wirtschaftlich stark bleiben kann und sozial stabil bleiben kann, das können nicht wir in Deutschland entscheiden. Das muss in der Türkei selbst entschieden werden. Herr Özdemir, wenn wir erstmal nur darauf schauen, was ist los gerade in der Türkei? Auch Ihre Einschätzung ökonomisch im freien Fall gerade, die Türkei? Ja, jetzt nach dem Ende der Feiertage in der Türkei war ja das Opferfest, nachdem die Börse wieder geöffnet hat, ist die Lira wieder im freien Fall. Und es ist ja nur das, was wir sehen auf der einen Seite, der Zustand des Staates, was die Auslandsschulden angeht, was den Rückgang ausländischer Investitionen angeht. Und schauen Sie sich mal die private Wirtschaft an, die hat ihre Schulden in harter Währung, in Dollar und diese Schulden müssen zurückgezahlt werden. Die stehen jetzt an und das heißt jetzt nochmal ein dramatischer Zunahme der Schulden für die Unternehmen. Das türkische Wirtschaftsmodell ist ein bisschen eine Art Hutspielermodell. Der Erdogan hat Bauprojekte im Unverstand gemacht, hat Dinge versprochen im Wahlkampf, die nicht finanzierbar sind. Jetzt wird die Rechnung präsentiert. Aber er hat das Geld eben, die Boomjahre nicht genutzt, um in die Nachhaltigkeit der Wirtschaft zu investieren. Also Forschung, Bildung beispielsweise, dafür zu sorgen, dass die türkische Wirtschaft sich diversifiziert. Und das rächt sich jetzt alles. Das ist nicht eine Krise, die vor allem mit Herrn Trump zu tun hat, wie das Herr Erdogan gerne erzählt. Oder mit irgendwelchen Verschwörungen oder mit dem Judentum oder irgendwas, der an Verschwörungstheorien herbeigezogen wird. Sondern es ist eine Erdogan-Krise, eine wirtschaftliche, eine politische. Und nur er selber hat auch das in der Hand, das zu lösen. Deshalb finde ich es richtig, dass die Bundesrepublik Deutschland jetzt nicht mit dem Füllhorn quasi nach Ankara geht, wie es Frau Nahles angedeutet hat, sondern deutlich macht, wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Die Türkei muss ihre Hausaufgaben machen. Wirtschaftliche Reform, politische Reform. Das heißt vor allem auch, die Gefängnisse leeren. Und all die Leute, die da zu Unrecht sitzen, die müssen bitte schön freigelassen werden. Vorher gibt es keinen Cent. Wir haben schon viele Punkte zu diesem Thema auf den Tisch gelegt, die wir alle noch vertiefen. Aber Herr Roth, ist das auch Ihre Sicht auf die Dinge, dass eben die wirtschaftliche Lage nicht jetzt sich in dem Sinne kurzfristig so entwickelt hat, durch Trumps Handelspolitik, sondern über mehrere Jahre sich schon so entwickelt hat? Also es zeigt sich erst einmal, wer die Rechtsstaatlichkeit schwächt, der wird auch für Investoren unattraktiv. Rechtsstaatlichkeit, stabile Demokratie ist die Voraussetzung auch für Wohlstand und für sozialen Aufschwung. Den braucht die Türkei. Man muss ja auch zugeben, dass unter Erdogan sich das Land auch positiv verändert hat, vor vielen Jahren noch. Er hat ja mal erfolgreich gestartet, um das Land zu modernisieren. Aber derzeit gibt es eben massive Rückschritte. Und eben nicht nur bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, bei den Menschenrechten, sondern inzwischen auch bei Wirtschaft und Handel. Es zeigt sich eben doch, dass nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern dass auch die Wirtschaft, der Handel, ein Interesse daran hat, dass es eine unabhängige Justiz gibt, dass man frei seine Meinung sagen kann und dass sich Bürgerinnen und Bürger frei bewegen dürfen. Und das ist derzeit in der Türkei nicht so, wie das war und wie wir uns das alle auch gemeinsam wünschen, dass es wiederkommt. Wenn wir erst noch mal ganz kurz bei der Wirtschaft bleiben, Herr Özdemir, wie müssen wir uns das vor Ort vorstellen? Wie wirkt sich diese Lage gerade für die Menschen vor Ort aus? Nur vielleicht eine kleine Ergänzung. Ich glaube, was Erdogan am Anfang richtig gemacht hat, war, dass er die erfolgreiche Wirtschaftspolitik von Kemal Derviş, übrigens ein Sozialdemokrat in der Türkei, der frühe Wirtschaftsminister der Vorgängerregierung war und viele Reformen gerade im Bankensektor durchgeführt hat, mit der Eigenkapitalisierung, auch mit der Unabhängigkeit der Zentralbank. Das hat die Regierung Erdogan am Anfang erst mal beibehalten. Das hat dazu beigetragen, dass es eine gewisse Verlässlichkeit, Kontinuität gab, viel Geld ins Land gekommen ist und auch Schichten, die bislang ausgeschlossen waren, vom Wirtschaftserfolg erst mal wieder in die Gelegenheit kommen sind, dass ihr Einkommen sich verbessert hat, dass sich was bei der Infrastruktur getan hat. Vor allem im ländlichen Raum, muss man sagen. Genau. Alles das hat Erdogan dann selber gefährdet durch das, was wir gerade eben schon gehört haben, durch diesen Kurs der Radikalisierung, in dem das Land immer autoritärer wird. Und gerade weil die Türkei wichtig ist, gerade weil die Türkei aus geografischen Gründen wichtig ist, aus den von Michael Roth genannten Gründen, weil wir hier viele Menschen aus der Türkei haben. Es gibt ein altes türkische Sprichwort, das heißt, ein guter Freund sagt stets die Wahrheit. Wenn wir Freunde der Türkei sind, dann sollten wir jetzt nicht Honig um den Mund schmieren, sondern sollten wir die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist, mit der Politik von Erdogan wird die Türkei sich weiter eingraben, weiter die Wirtschaft vor die Wand fahren, das Land wird weiter isoliert werden. Was die Türkei wirtschaftlich braucht, das ist die Unabhängigkeit der Zentralbank, muss wiederhergestellt werden. Die Zinsen, das will Herr Erdogan nicht, müssen maßvoll erhöht werden, damit Investitionen sich rechnen. Und die Türkei braucht Hilfe. Diese Hilfe kann Deutschland nicht leisten. Die kann sogar die Europäische Union mit all ihrer Größe allein nicht leisten. Dafür gibt es eine Institution in der Welt, das ist der IWF. Der IWF muss kommen, das will Herr Erdogan nicht, weil wenn der IWF kommt, dann hat er auch eine bittere Medizin. Aber da führt kein Weg dran vorbei. Und ich würde uns in Deutschland dringend raten, dass wir alle parteiübergreifend, Herr Roth, Herrn Erdogan, auch jetzt beim Staatsbesuch deutlich machen, wenn du Hilfe willst, dann sorg dafür, dass es nicht ein Fass ohne Boden ist. Hol den IWF ins Land, hör denen zu, mach die wirtschaftlichen Reformen, aber vergesst bitte schön auch nicht den Rechtsstaat. Das müssen wir gemeinsam, Grüne, Sozialdemokraten, Christdemokraten, Herrn Erdogan sagen, und zwar in einer Sprache, die er versteht. Ist das der Weg, den auch die Bundesregierung gehen wird? Also ich sehe da überhaupt kein Dissens. Ich bin erst mal, Cem Özdemir, dankbar, dass er deutlich macht, dass es auch eine politische Notwendigkeit für Gespräche gibt. Und ich finde es albern, dass man in Deutschland wochenlang darüber diskutiert, wie ein Staatspräsident zu empfangen, also empfangen werden muss, ob nun mit militärischem Protokoll oder ob nun ohne. Wir erweisen hier weniger einer Person, sondern vor allem einem Land und einem Volk Respekt. Und wir empfangen in Deutschland, weil wir ein gastfreundliches Land sind, viele Menschen. Und leider sind darunter nicht nur enge Freundinnen und Freunde, mit denen wir Werte und politikmäßig komplett übereinstimmen. Und da ich bei vielen politischen Gesprächen, unter anderem auch mit Repräsentantinnen und Repräsentanten der Türkei, dabei war und ich auch schon viele Gespräche als Europaminister persönlich geführt habe, kann ich Ihnen allen zusichern. Dabei geht es zur Sache. Wir sind hier überhaupt nicht auf Schmusekurs. Die Kritik können Sie gar nicht verstehen, die es an dem Staatsbesuch grundsätzlich gibt. Nein, weil es ist eine Möglichkeit, auf allerhöchster politischer Ebene, die Dinge anzusprechen, die uns gemeinsam beschweren. Die die Opposition beschweren, die mich als Vertreter der deutschen Regierung beschweren. Und da meine ich, es ist allemal besser, miteinander als nur übereinander zu reden. Wissen Sie, wie beispielsweise die Opposition in der Türkei darüber denkt, dass Erdogan hier empfangen wird? Also die Opposition in der Türkei ist ja sehr vielschichtig. Aber die Leute, die ich da kenne, von denen übrigens immer mehr in Deutschland sind, weil sie in der Türkei es nicht mehr aushalten, weil sie das Land verlassen müssen, da denken Sie an Ihre Journalistenkollegen, es sind ja fast komplette Redaktionen zum Teil hierher gekommen oder auch Leute aus der Politik, sogar Parlamentarier, die in der Türkei ihren Job nicht mehr machen können, weil es einfach für ihr Leben gefährlich ist. Wenn ich mit denen rede, dann kritisieren die nicht so sehr den Staatsbesuch. Da hat Herr Roth völlig recht. Man kann sich seine Gäste nicht immer aussuchen, wenn wir nur freundliche Leute empfangen würden. Dann ist ja schon die Frage, ob wir Herrn Söder in Deutschland, in Berlin empfangen dürfen. Also es ist nicht so einfach. Das verstehe ich, da will ich auch nicht Oppositionspolemik machen. Aber es gibt andere Dinge, die kritisiert werden. Und das ist zum Beispiel das Besuchsprogramm der Bundeskanzlerin, Frau Merkel. Ich erinnere daran, bei der vorletzten Parlamentswahl in der Türkei, ich rede jetzt nicht von dem Referendum über die Verfassungsänderung, sondern ich rede über die vorletzte Parlamentswahl. Das war die letzte halbwegs faire demokratische Wahl in der Türkei, wo die Oppositionsabgeordneten noch nicht im Gefängnis waren, wo es noch ein paar unabhängige Medien gab und wo die noch freiere Veranstaltungen machen konnten. Hat Frau Merkel einen Besuch in der Türkei gemacht, kurz vor der Wahl, hat keine Sekunde Zeit gehabt, auch nur einen Oppositionsvertreter zu treffen. Aus Ihrer Sicht Wahlkampfhilfe führen? Ja, das konnte man nur so verstehen. Und genau so hat es die türkische Opposition verstanden. Deutschland möchte offensichtlich, dass Erdogan die Wahl gewinnt, weil man Herrn Erdogan braucht für den Flüchtlingsdeal. Nochmal, ich kritisiere weder den Besuch, noch kritisiere ich, dass man in der Flüchtlingsfrage selbstverständlich mit der Türkei reden muss. Die Türkei hat viele Flüchtlinge aufgenommen. Da finde ich es richtig, dass man dafür sorgt, dass es denen anständig geht. Aber der Preis dafür darf niemals sein, dass man die Oppositionellen in der Türkei hängen lässt. Der Preis dafür darf niemals sein, dass man schweigt dazu, wenn Redaktionen plattgemacht werden oder Kollegen von uns beiden, Abgeordnete, Kollegen von Ihnen, Journalisten, in den Kerkern verschwinden. Und das halte ich für einen Fehler. Ich wünsche mir, dass deutsche Politiker noch mal aller Parteien, aller Richtungen, ich lasse jetzt mal die AfD raus von den demokratischen Parteien, die in die Türkei gehen, ihr Besuchsprogramm so stricken, dass dabei immer deutlich wird, dass die Werte unseres Landes mitreißen. Das heißt, dass wir eine werteorientierte Außenpolitik machen, die sagt, wir müssen uns mit euch treffen, ihr seid nun mal die Repräsentanten des Landes. Aber unsere Solidarität, die gilt der demokratischen Türkei. Und die lassen wir nicht über die Klinge springen. Menschenrechte, Pressefreiheit, Herr Roth, haben Sie gesagt, das sind alles Themen, die auch bei diesem Treffen auf den Tisch kommen. Gibt es denn einen Zugang von Seiten Erdogans zu diesen Themen oder geht es da nicht eher vielmehr ganz eiskalt um Deals, dass die schon an der einen oder anderen Stelle auf uns zukommen, auf Deutschland, aber eben nur, wenn man ihnen auch was gibt? Mich interessiert erst mal überhaupt nicht, ob Herr Erdogan dazu einen Zugang hat, aber es ist unsere Haltung. Und unsere Haltung, die werden wir natürlich auch gegenüber unseren Gästen und gegenüber unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern deutlich machen. Wie sich im Übrigen auch die Politik meines Hauses, des Auswärtigen Amtes, grundlegend weiterentwickelt hat. Nicht nur bezogen auf die Türkei, sondern bezogen auf viele autoritäre Entwicklungen in zu vielen Staaten, Europas und der Welt. Wir sollten den Fehler nicht machen, ein Land gleichzusetzen mit einer Regierung oder mit einem Präsidenten. Sondern das Land und vor allem die Türkei ist ein buntes und vielfältiges Land. Und ich kann nur jedem raten, der die Türkei besucht, als Politiker oder auch als interessierter Bürger, eben nicht nur die Regierungsverantwortlichen zu treffen, sondern so tue ich das auch in meinen vielen Reisen in die Türkei, die Opposition, Repräsentantinnen und Repräsentanten der Zivilgesellschaft zu treffen. Wir haben eine Reihe von Programmen aufgelegt bei uns im Hause, um gerade auch die kritischen Geister in der Türkei zu unterstützen. Und Herr Özdemir hat ja auch davon gesprochen, ich empfinde das als sehr bitter, dass inzwischen eine wachsende Zahl von kritischen Geistern ihre Heimat eben nicht mehr in ihrem Heimatland sieht, sondern gezwungen ist, mehr oder weniger, ihr Heimatland zu verlassen. Und dann sagen wir natürlich auch, wenn ihr hier arbeiten wollt und arbeiten könnt, dann werden wir dies möglich lassen. Aber das kann natürlich keine Lösung sein, weil wir anstreben, dass auch die Türkei wieder ein Land wird, wo jeder und jede freie Meinung äußern darf. So sollte es sein, zumindest für ein Land, das ja immer noch auf dem Weg ist, zumindest formal Mitglied der Europäischen Union zu werden. Und ich habe mich stark dafür kritisieren lassen, aus der Opposition heraus. Immer wieder auch gesagt haben, ich will die Tür nicht zuschlagen als Europäische Union, weil ich mich vor allem auch den Bürgerinnen und Bürgern der Türkei verpflichtet fühle, die nach wie vor sich nach europäischen Werten sehnen und ihren Blick eben auch Richtung Europäische Union richten. Was ist denn an welcher Stelle da schiefgelaufen? Erdogan hat ja mal als Reformer angefangen, hat mit dem IWF zusammengearbeitet, hat das Land vorangebracht und die Wirtschaft gestärkt. Dafür steht er ja auch im eigenen Land. Und jetzt steht er genauso dafür, dass es wirtschaftlich wieder bergab geht. Gab es da einen Zeitpunkt oder ist das eine Verkettung von vielen, vielen Umständen in den vergangenen Jahren? Ich habe ja in den vergangenen Jahren auch versucht zu verstehen, warum es doch so viele Türkinnen und Türken gibt, die Herrn Erdogan vertrauen. Und da sind wir dann wieder bei der wirtschaftlichen und bei der sozialen Entwicklung der Türkei. Es hat in der Anfangszeit seiner Arbeit als Ministerpräsident ja auch große Erfolge gegeben, weil vor allem auch die wirtschaftliche und soziale Lage des Landes, die gesundheitliche Versorgung des Landes sich deutlich verbessert hat. Und weil es ja auch einen, man mag das ja heute kaum noch glauben, einen Versöhnungsprozess mit den Kurdinnen und Kurden gegeben hat, weil es eine starke Annäherung an die Europäische Union gegeben hat. Davon ist heute nicht mehr viel übrig geblieben. Ich bin jetzt kein Küchenpsychologe und jetzt kann ich auch keinen Termin festmachen. Aber vielleicht haben auch wir einige Fehler gemacht. Vielleicht ist es uns nicht deutlich genug gelungen, auch die türkische Regierung auch emotional an uns zu binden und sie immer wieder auch zu fordern und auch etwas von ihr abzuverlangen. Vielleicht hat sie sich irgendwann isoliert oder nicht ernst genommen gefühlt oder vielleicht hat sie auch den Eindruck gehabt, wir würdigen sie nicht genügend. Das ist alles Schnee von gestern. Jetzt müssen wir erst mal mit dieser schwierigen Situation klarkommen. Und wie gesagt, ich möchte nicht die Türkei bestrafen. Wir müssen mit dieser Regierung klarkommen. Aber wir müssen immer wieder auch zu unseren menschenrechtlichen und Demokratieprinzipien stehen. Und deswegen wird das immer wieder auch Raum geben für Streit, weil es hier auch nur bedingt Kompromisse geben kann. Gehen wir, wir vertiefen das gleich noch mal, gehen wir noch einmal zurück zur wirtschaftlichen Situation. Wir haben eben schon festgestellt, diese Entwicklung ist keine, die in den vergangenen Monaten plötzlich gekommen ist, sondern hat sich über einen längeren Zeitraum entwickelt. Aktuell spielt aber doch sehr heftig die Politik von Donald Trump da mit rein. Wer sitzt denn da am längeren Hebel? Weil es sieht ja sehr nach einem Kräftemessen aus, keiner will nachgeben. Wer ist da der Stärkere in diesem Duell? Erstmal ist ja das Spannende, dass der Trump und der Erdogan sich am Anfang ja gut verstanden haben. Die passen ja auch so ein bisschen von ihren Eigenschaften her gut zueinander. Was den Populismus angeht, was ihre Haltung zu kritischer Presse angeht, was ihre Haltung gegenüber liberalen Demokratien angeht, da sind sie ja eigentlich Brüder im Geiste. Und am Anfang haben sie sich ja gegenseitig gelobt. Es gibt ja von Trump das Zitat, dass der Mann, also Erdogan, alles richtig macht und so weiter. Und es gab offensichtlich Geheimverhandlungen. In Israel war eine türkische Staatsbürgerin aus dem Umfeld der AKP verhaftet und Erdogan wünschte sich die Freilassung. Die Amerikaner unter Trump haben sich dafür eingesetzt. Und im Gegenzug wurde eben die Erwartung der Amerikaner zum Ausdruck gebracht, dass der amerikanische Pastor freigelassen wird. Die Amerikaner haben offensichtlich geliefert, indem Israel diese Bürgerin freigelassen hat. Und der amerikanische Pastor wurde aus der Haft nach Hause entlassen, in die Türkei, aber darauf das Land nicht verlassen. Also er kam unter Hausarrest. Und das hat dann eben dazu geführt, dass ein bereits marodes Wirtschaftssystem dadurch an die Wand gefahren wurde. Aber nochmal, der Auslöser ist nicht Trump, der Auslöser sind nicht die amerikanischen Sanktionen, sondern der Auslöser ist die falsche Wirtschaftspolitik und die falsche Politik von Erdogan. Wenn man das alles liest, könnte man glauben, das ist der eigentliche Konflikt. Aber es hat natürlich nochmal eine tiefer liegende Geschichte. Es gibt einen Prozess in den USA, in New York, gegen eine türkische Bank, die Halkbank. Eine Bank, die der Staat quasi sich einverleibt hat, die eine wichtige Rolle spielt beim Umgehen der Sanktionen gegen den Iran. Da haben die Amerikaner jemanden ins Zeugenschutzprogramm offensichtlich aufgenommen, der eng an Erdogan dran war, der da offensichtlich für die Transaktion zuständig war. Und Erdogan möchte, dass die Amerikaner diesen Prozess beiseite räumen. Es ist halt schwierig, einem Erdogan klarzumachen, in der Türkei kann man das schon machen, dass Herr Erdogan sagt, so wird das Urteil gesprochen und dem Richter sagt, wenn du das nicht so machst, dann bist du dein Kopf los. In Amerika geht das Gott sei Dank nicht. Der Trump würde das vielleicht auch gerne machen, aber Gott sei Dank darf er das in den USA nicht, weil es da immer noch einen Rechtsstaat gibt. Das heißt, der Trump kann gar nicht und Erdogan versteht das nicht, weil in seiner Welt gibt es das nicht. Wenn du stark bist, dann ruft eine Merkel eben an, beim Oppositionsführer oder eben beim Gericht und sagt, so und so machst du das. Und Erdogan geht davon aus, ein Herrscher, der das nicht kann, ist kein starker Herrscher oder keine starke Herrscherin. Und das ist das Problem. Und ich finde es gut, dass die Amerikaner deutlich machen, eine Gerichtsentscheidung in den USA, die wird vom Gericht gemacht und nicht vom Präsidenten. Und wir sollten da genauso agieren und sollten deutlich machen, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, schlimm, was in der Türkei passiert. Aber der Versuch von Erdogan, das auch in die deutsche Gesellschaft hineinzutragen, beispielsweise über die oberste Religionsbehörde DITIB, die versucht wird, gleichzuschalten, beispielsweise über seinen Deutschland-Ableger, die UETD, oder mittlerweile wissen wir ja, die Bundesrepublik hat ja endlich die Osmanen-Germania verboten. Er hat ja sogar einen bewaffneten Arm in Deutschland aufgebaut mit Osmanen-Germania, die in der Prostitution, in der Geldwäsche, im Drogenhandel massiv drinstecken. Wir haben in Stuttgart gerade einen Prozess, dank meiner Landesregierung, die da richtig Druck gemacht hat. Ich würde mir wünschen, dass es auch da eine harte Hand gibt. Es kann nicht sein, dass Erdogan versucht, in Deutschland eine Art Parallelsystem zu errichten und versucht, die Deutsch-Türken Richtung Ankara auszurichten. Man muss ihm deutlich machen, die Deutsch-Türken, ich bin ja selber einer, der hier geboren ist, die sind Teil der Bundesrepublik Deutschland. Die Antennen werden nach Berlin gerichtet, nicht nach Ankara. Also ein außenpolitisches Thema, was auch schon längst innenpolitisch ist, Herr Roth? Selbstverständlich. Ich hatte ja in meinem Eingangsstatement schon darauf hingewiesen, dass wir ganz besondere Beziehungen haben zur Türkei und ich mich auch verpflichtet fühle, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass sie nicht schlechter werden. Und ich fühle mich natürlich auch den Bürgerinnen und Bürgern meines eigenen Landes verpflichtet, die eine ganz besondere, nämlich eine ganz private, menschliche Beziehungen zur Türkei haben, weil ihre Eltern oder ihre Vorfahren eben aus der Türkei stammen oder weil sie vielleicht auch selber noch in der Türkei geboren sind. Das sind drei Millionen Menschen. Und es gibt kein Land in der Europäischen Union, was solche vielfältigen menschlichen Beziehungen zur Türkei hat. Deshalb stoßen auch viele Diskussionen, die wir in Deutschland mit der Türkei führen, auf Unverständnis. Viele sagen auch, sehen die Türkei eher unter einem strategisch-taktischen Interesse. Das tun wir ja nicht, weil wir, wie gesagt, diese besonderen Beziehungen haben. Aber man kann heute nicht mehr zwischen Außen- und Innenpolitik trennen. Das Klima drohte zu vergiften und ist auch schon in Teilen vergiftet. Ich merke das ja selbst. Ich bin seit 20 Jahren Abgeordneter im Wahlkreis. Ich habe immer sehr enge Kontakte gehabt zur türkischen Gemeinde, die auch immer schon sehr bunt und vielfältig ist. Die klassischen Kemalisten, viele davon in meiner eigenen Partei, die inzwischen in Kommunalparlamenten, teilweise auch in Landesparlamenten sitzen, die politische Verantwortung tragen, die erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sind. Dann aber auch viele Aktivisten der DITIB-Gemeinden, also eher religiös geprägte Deutsch-Türken, die inzwischen auch eine große Distanz pflegen, wo es auch kaum noch Gesprächsebenen gibt. Früher war für mich immer klar, der IFTA, das Fastenbrechen im Rahmen des Ramadan, das ist für mich ein fester Termin im Kalender, weil ich da auch viele Einladungen erhalten habe. Inzwischen hat das deutlich nachgelassen. Das betrübt mich natürlich, weil ich glaube, dass uns Sprachlosigkeit und eine solche aufgeheizte Situation in Deutschland nicht weiterbringt. Und da kann ich natürlich nur sagen, es dürfen keine innenpolitischen Konflikte der Türkei nach Deutschland hineingetragen werden. Das geht so nicht. Und ich finde auch, dass wir seitens der Bundesregierung vor einem Jahr auch angesichts dieser inakzeptablen Beleidigungen und Provokationen auch des damaligen Staatspräsidenten Stoppschilder aufgestellt haben. Ob die Stoppschilder von allen respektiert werden, ist dann wiederum eine ganz andere Frage. Dieses Thema wird auch schnell innenpolitisch, wenn Vorschläge kommen, wie beispielsweise von Ihrer Parteivorsitzenden Andrea Nahles, die deutsche Hilfen für die türkische Wirtschaft vorgeschlagen hat. Wo ja erstmal die Grundfrage ist, würde sowas überhaupt hier innenpolitisch von der Bevölkerung befürwortet? Würde sowas mitgetragen? Oder würde das eher Empörung auslösen, weshalb jetzt deutsches Steuergeld die türkische Wirtschaft retten muss? So habe ich Andrea Nahles nie verstanden, dass es um deutsches Geld geht, womit wir möglicherweise auch noch die Regierung von Herrn Erdogan unterstützen. Nein, es gibt ja auch ein klares Signal, dass die Bürgerinnen und Bürger das in Deutschland genauso wenig wollen wie wir. Wir denken nicht an direkte Hilfen. Aber natürlich haben wir ein Interesse daran, dass die Türkei möglichst stabil bleibt. Wir haben heute kaum über außen- und sicherheitspolitische Fragen gesprochen. Das kommt ja vielleicht noch. Die Türkei ist seit vielen Jahrzehnten Mitglied der NATO und ich will auch, dass die Türkei Mitglied der NATO bleibt. Alles andere wäre für mich auch ein neues Schreckensszenario und würde neue Instabilitäten bringen. Aber auf die üblichen Hilfen ist hingewiesen worden. Ich sage noch einmal, der Schlüssel zur Linderung der wirtschaftlichen Not liegt nicht in Berlin, der liegt auch nicht in Brüssel, der liegt auch nicht beim IMF, beim IWF. Der liegt in der Türkei, in Ankara selbst. Wir brauchen Wirtschaftsreformen. Wir brauchen vor allem aber auch eine Garantie der Rechtsstaatlichkeit. Und da hat sich eben vieles zum Schlechteren gewandelt. Und jetzt inzwischen, auch aufgrund der Unsicherheiten, zeigt eben nicht nur die Politik Europa, sondern zeigt inzwischen auch zunehmend die Wirtschaft der türkischen Regierung, dem türkischen Präsidenten die rote Karte. Und ich möchte nicht, dass am Ende die Zeche, wie so oft von den Bürgerinnen und Bürgern zu leisten ist. Noch einmal kurz die Nachfrage. Sie sprechen von internationalen Hilfen. Was sind aber die Hilfen, die Andrea Nahles mit Hilfen aus Deutschland meinte? Wenn es nicht Steuergelder sind, sind das Investitionen? In welche Richtung könnte das gehen? Das sind natürlich Investitionen für uns. Deswegen gibt es ja jetzt auch Signale, zaghafte Signale der Mäßigung aus Anker heraus. Deutschland ist natürlich für die Türkei ein ganz besonderer Partner. Wir sind der wirtschaftlich stärkste Akteur auf dem türkischen Markt. Und ohne unsere Investitionen und ohne unsere wirtschaftliche Kooperation kann die Türkei nicht wieder auf die Füße kommen. Aber das ist an klare Bedingungen geknüpft. Ich kann mir wirtschaftliches Engagement in Zeiten von politischer Instabilität und von immer schwächer werdenden Rechtsstaatlichkeit nicht vorstellen. Und da muss auch niemand im Kanzleramt und niemand im Auswärtigen Amt ein Unternehmer anrufen. Das entscheiden die schon selber. Wir haben eine freie Wirtschaft, die entscheidet selber darüber, wo sie sich engagiert. Ich habe aber aus vielen Gesprächen auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern ein klares Signal empfangen, dass sie sich ein zunehmendes Engagement, auch zusätzliche Investitionen zur Modernisierung der Wirtschaft in der Türkei nur vorstellen können, wenn es Rechtssicherheit gibt. Und angesichts von 10.000 entlassenen Staatsbediensteten und von vielen Inhaftierungen gibt es eben diese rechtsstaatliche Sicherheit nicht, die wir uns alle wünschen und die wir im Übrigen auch in allen Gesprächen einfordern. Ich kenne den Erdogan ja noch seit der Zeit, als er Oberbürgermeister von Istanbul war, danach Parteivorsitzende, da hat er ja kandidiert. Er durfte erst mal, nachdem er die Wahl gewonnen hat, die Wahl nicht antreten als Ministerpräsident, weil er ja noch eine Gerichtsentscheidung antrat. Er ausstahnt wegen eines Urteils, das es gegen ihn gab, wegen des Zitieren eines Gedichts. Und habe ihn in diesen verschiedenen Phasen immer wieder getroffen und gesehen, jetzt darf ich gerade nicht mehr, weil ich gerade aktuell nicht in die Türkei darf. Aber aus der Zeit kenne ich ihn. Und den Erdogan, den ich kenne, der guckt jetzt auf Deutschland und guckt auf die Politik der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe ja gerade zitiert, da ist die Bundeskanzlerin, macht eine Türkei-Reise, macht den Flüchtlingsdeal. Da gibt es einen früheren Außenminister Gabriel, der als die Türkei diese komischen Terrorlisten, Sie werden sich erinnern, die hat ja in schöner Regelmäßigkeit Listen veröffentlicht. Und auf einer dieser Listen, da stand zum Beispiel Daimler-Benz oder Siemens, aber auch ein dünner Kebab-Buden als terrorfördernde Organisation. Also das Unternehmen Daimler-Benz in Stuttgart in meinem Wahlkreis, manchen bekannt, mittelständisches Unternehmen oder auch Siemens, oder noch ein paar Döner-Kebab-Buden, die planen also die Revolution in der Türkei. Als diese Liste veröffentlicht wurde, hat die Bundesregierung zum bislang ersten und einzigen Male mal deutlich gemacht, jetzt reicht es aber. Hat Ankara gesagt, diese Liste, die akzeptieren wir nicht. Daraufhin ist Folgendes passiert. Erst hat Ankara gesagt, die Liste gab es gar nicht. Offensichtlich ist es eine Einbildung gewesen, die Liste. Dann hat man gemerkt, das lässt sich nicht ganz durchhalten, weil die Liste liegt ja vor. Dann hat Ankara gesagt, das war die Liste eines übereifrigen Beamten. Klammer auf, wir werden das Problem lösen. Als ob in Ankara sich irgendjemand traut, eine Liste zu erstellen, die Erdogan nicht persönlich absegnet, so zentralistisch, wie das Land mittlerweile aufgebaut ist. Danach wurde die Liste zurückgenommen, man hat sich entschuldigt. Was ich damit sagen will ist, wenn Berlin bereit ist, beispielsweise mit dem Instrument der Hermes-Bürgschaft, also zu sagen, Investitionen sichern wir nicht unbegrenzt ab in der Türkei, Bankkredite, sondern wenn ihr weitermacht mit dieser Sprache, mit diesem Umgang, weiterhin Leute, sieben deutsche Staatsbürger sitzen nach wie vor im Knast, während wir hier sind und viele andere, die nicht das Privileg eines deutschen Passes haben. Was hat die Bundesliga gemacht? Die Hermes-Bürgschaften, die symbolische Einschränkung, das war eine symbolische, hat kein einziges Unternehmen getroffen, weil die Grenze bewusst so gesetzt war, dass es oberhalb der Schwelle der Investitionen ist. Das war eine symbolische Botschaft. Allein das hat schon dazu geführt, dass Ankara reagiert hat. Und jetzt hat man die Reisewarnungen komplett zurückgenommen. Also das kann man alles machen, aber ich möchte dann eine Gegenleistung. Und die Gegenleistung, die muss in Form von Rechtsstaatlichkeit und vor allem von Freilassung von Leuten sein, die in der Türkei im Gefängnis sitzen, häufig noch nicht mal wissen, warum sie im Gefängnis sind, weil sie noch nicht mal Akteneinsicht bekommen haben. Und da ist mir, also ich will es mal versuchen, halbwegs unpolemisch zu sagen, eine gerade Linie in der Türkei-Politik vermag ich nicht zu erkennen. Herr Gabriel, der Vorgänger des jetzigen Außenministers, hat mit seinem früheren Kollegen, Herrn Çavuşoglu, in seinem Ort in Goslar, in seinem Wahlkreis eine Art T-Zeremonie gemacht. Die türkische Presse hat es so überschrieben, ich darf mal zitieren, ich spreche ja türkisch, Deutschland entschuldigt sich bei der Türkei für seine Fehler. Deutschland betreibt wieder Gutmachung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die richtige Botschaft ist, wenn man will, dass die Türkei sich in unsere Richtung entwickelt und nicht umgekehrt. Also ich bin, ja, dafür bekommt man Beifall und ich habe ja einige Zumutungen heute für Sie und auch für die Gäste und für das Publikum parat, weil ich versuche zu differenzieren und ich möchte das auch gerne an diesen Beispielen, möchte es auch gerne mal belegen. Ich nehme auch gerne Ratschläge an, politische, öffentliche, auch private, denn ich gebe zu, es gibt im Umgang mit autoritären Regierungen keine Blaupause und ich kann nicht einfach auf einen Knopf drücken und dann habe ich eine Formel und die wende ich an und dann läuft alles zum Guten. Die Zahl derjenigen, die aus politischen Gründen inhaftiert worden sind, deutsche Staatsbürger, hat nachgelassen. Wir haben jetzt noch sieben Staatsbürger, deutsche Staatsbürger, die inhaftiert sind in der Türkei. Davon sind drei Doppelstaatler, haben also auch die türkische Staatsbürgerschaft. Und wir haben bei all diesen konkreten Fällen mit Familienangehörigen, mit Freundinnen und Freunden gerungen, wie wir uns öffentlich dazu äußern. Und bei aller Kritik als Oppositionspolitiker, die ich respektiere, kann ich nur eines sagen. Ohne die sehr zurückhaltende diplomatische, das diplomatische Engagement des ehemaligen Außenministers Sigmar Gabriel, wäre es vermutlich nicht zu der Freilassung von Deniz Yüksel gekommen, der sich selber auch mehrfach mit dem türkischen Staatspräsidenten getroffen hat, um konkret über diesen Fall zu reden. Ich selber habe mit vielen Familienangehörigen von Inhaftierten gesprochen, die mich inständig gebeten haben, doch mit öffentlicher, harter Kritik auf Herrn Erdogan nachzulassen und sich eher zurückzuhalten, weil man immer wieder auch befürchtet hat, dass diese öffentliche Kritik dazu führt, dass eben die Menschen nicht freigelassen werden. Und dann finde ich jetzt das legitime Recht, ja nicht nur von der Opposition, sondern auch von Menschenrechtsorganisationen, uns immer wieder auch öffentlich zu ermahnen, eine klare Sprache zu finden. Und das tun wir. Das ist ein ganz schwieriger Balanceakt. Wir wollen niemanden gefährden, der inhaftiert ist. Wir wollen, dass alle freigelassen werden. Und gleichzeitig stehen wir auch zu unserer Haltung. Und da gebe ich gerne zu, dass das nicht immer hundertprozentig so verläuft, dass wir alle damit zufriedenstellen können. Nur eines, das belustigt mich bisweilen, wenn es nicht so traurig wäre, würde man vielleicht auch lachen, dass manche, dazu ausdrücke ich nicht, Cem Özdemir, dass mich manche daran erinnern, dass wir doch zu zaghaft und zurückhaltend gegenüber Herrn Erdogan sein und mir gleichzeitig ein Stammbuch schreiben, aber gegenüber Herrn Putin sind wir viel zu hart und viel zu aggressiv. Die Kritik kommt ja, glaube ich, vor allem aus der SPD gerade. Also die wird auch aus der Opposition herausgeführt. Es ist eine breite gesellschaftliche Debatte. Wie gehen wir mit autoritären Regimen um? Und ich gebe gerne zu, es ist immer auch eine Annäherung an einen Zustand, der nie ideal sein wird. Und als Verantwortlicher in der Regierung muss ich eben auch immer daran denken, was für Folgen hat das. Aber es ist nicht das erste Mal, dass wir Kritik geübt haben an der Türkei, als es um diese merkwürdigen, inakzeptablen Listen ging, sondern ich will mal daran erinnern, als im vergangenen Jahr Herr Erdogan auch Nazimethoden in den öffentlichen Raum gestellt hat und die Regierung und Politikerinnen und Politiker in Deutschland kritisiert hat, auch als Cem Özdemir und andere persönlich kritisiert wurden, haben wir uns immer wieder sehr deutlich, auch klar in der Wortwahl geäußert und dies immer wieder auch als inakzeptabel gebrannt magt. Aber alleine harte Worte in der Öffentlichkeit, für die man Beifall bekommt, lösen nicht die menschenrechtspolitischen Probleme, die wir derzeit in Hülle und Fülle auf unserem Tisch liegen haben. Ich habe nicht plädiert, dass man das vor allem verbal macht, das war ja gar nicht mein Plädoyer, das verstehe ich ja, dass eine Regierung da eine andere Rolle manchmal hat wie die Opposition, das ist völlig in Ordnung, da darf man auch nicht populistisch sein. Ich habe die Hermesbürgschaft bewusst genannt, ich habe bewusst die Instrumente genannt, darum geht es mir. Und da habe ich den Unrecht mit dem Beispiel, das ich vorher genannt habe. Im Juli letzten Jahres, jeder kann das nachher nachlesen, gab es diese wirklich besonders absurde Terrorliste der Türkei, wo man merkte, die Türkei probiert jetzt gerade mal aus, wie weit sie gehen kann. Und dann gab es das einzige Mal eine klare, schnelle Reaktion, die war gar nicht so öffentlich übrigens, sondern das war eine Reaktion, die war mit den Hermesbürgschaften, das prüfen wir gerade. Allein das hat dazu geführt, das ist ja nichts, eine große Meldung, sondern eine einfache Botschaft, ein Satz, der wurde in Ankara verstanden. Jetzt sage ich nochmals, ich kenne den Mann, ich weiß, ich kenne viel aus dem Umfeld von Erdogan. Ich war ja am Anfang mit vielen, da haben wir wahrscheinlich eine ähnliche Position gehabt, haben wir ja gehofft, dass vielleicht in der Türkei so etwas wie eine Art CDU der Türkei mit der AKP entsteht, damit es zwischen dem Nationalismus auf der einen Seite eben auch eine Alternative vielleicht gibt, wo Liberale und Konservative sich zu etwas Neuem bewegen. Das ist jetzt mittlerweile gescheitert, wie man sieht, aber ich gehöre ja nicht zu denjenigen, die ihm nie eine Chance gegeben haben. Und zu dem Zeitpunkt, als er sich immer mehr verhärtet hat, kam von uns keine klare Haltung, sondern ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, jetzt sage ich es doch polemisch, als ob man morgens gewürfelt hat, was jetzt gerade die aktuelle Linie ist. Und zu der Kritik mit Putin, ich habe unseren Außenminister Maas ausdrücklich gelobt dafür, ich hoffe, das schadet ihm nicht, wenn ich als Oppositioneller ihn lobe, aber ich habe ihn da auch in Schutz genommen vor der Kritik aus der eigenen Partei. Ich finde, er macht das ja gerade richtig, im Gegensatz zu seinem Vorgänger und zu manchen anderen Vorgängern, auch aus der eigenen Partei. Herr Maas ist für mich einer, der in der Frage, Umgang mit Putin, genau die richtigen Worte findet und genau die richtige Balance findet. Einerseits das Gesprächsangebot, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, andererseits aber auch deutlich macht, wir verkaufen weder die Ukraine, noch verkaufen wir irgendwie die Menschenrechte, sondern haben da eine klare Haltung. Und das würde ich mir auch in der Türkei-Politik wünschen. Eine glasklare Position, die deutlich macht, Deutschland steht zu den Menschen in der Türkei, die unsere Werte wollen. Das sind wir ja sogar vielen Sozialdemokraten in der Türkei schuldig, die ja auch dort verfolgt werden und bedroht sind. Dass wir da gemeinsam hinstehen und sagen, die Hälfte der Türkei, die sich Richtung Europa orientiert, die erwartet von uns geradezu, dass wir sie nicht hängen lassen. Und da muss man manchmal eben auch bereit sein, unangenehme Maßnahmen zu treffen. Vielleicht sind sie nicht mal notwendig, Herr Roth. Vielleicht braucht man sie ja gar nicht. Vielleicht reicht allein jedes Beispiel mit der Liste, dass man Herrn Erdogan mal deutlich macht, es könnte übrigens sein in nächster Zeit, dass sich da bei den Hermes-Bürgschaften was ändert. Ich will Sie nur mal darauf vorbereiten. Wetten, Herr Erdogan reagiert, was wetten wir? Ich bin bereit, die Wette anzunehmen, weil ich sicher bin, ich würde sie gewinnen. Sie müssen halt den Mut haben, die Hermes-Bürgschaften als Instrument zu nennen. Ich glaube, es sind die zwei verschiedenen Positionen hier klar geworden. Gehen wir nochmal an einen Punkt zurück. Ein Stichwort, das auch immer wieder genannt wird, der Flüchtlingsdeal, den es mit der Türkei gibt. Furchtbares Wort. Welches nutzen Sie? Es ist ein Abkommen mit der Türkei und der Europäischen Union. Und es dient vor allem auch, die dramatische soziale Lage der Geflüchteten in der Türkei zu verbessern. Kein Land hat so viele Geflüchtete aufgenommen wie die Türkei. Fast vier Millionen, davon über dreieinhalb Millionen Geflüchtete aus Syrien. Und ich habe auch gegenüber den Abgeordneten versucht, größtmögliche Transparenz walten zu lassen. Und habe immer wieder erläutert, was mit den drei Milliarden Euro, die die Europäische Union und die EU-Mitgliedstaaten der Türkei zur Verfügung gestellt haben, geschehen ist. Und es sind Gelder, die dazu beigetragen haben, dass sich die Lage von geflüchteten Menschen, die teilweise seit vielen Jahren in der Türkei leben, verbessert hat. Und dazu stehe ich auch. Das ist ein Teil natürlich dieses Abkommens. Und ich finde, Deal, das hat so ein Geschmäckle. Und ich finde das auch angesichts der Tatsache, dass es nur wenige Länder außer Deutschland gibt, innerhalb der EU, die bereit sind, auch große Zahlen von Geflüchteten aufzunehmen. Es ist schwierig, mit solchen Begrifflichkeiten zu arbeiten, auch wenn sich das vielleicht für den einen oder anderen gut anhören mag. Die Frage ist, oder die sich viele stellen, wie sicher ist diese Verabredung, die es gibt, wie sicher ist das, wenn Erdogan in anderen Bereichen, auch in der Zusammenarbeit, Sie haben es ja selbst erwähnt, das eine Mal ist der Vorwurf der Nazimethoden, dann jetzt womöglich mehr Austausch möglich und eine Entwicklung an vielen Stellen, die man vielleicht vor einem Jahr noch nicht erwartet hatte. Wenn er bei vielen Themen sprunghaft ist, wie sicher ist eben diese Verabredung, dass die so bleibt? Also das Abkommen wird im Großen und Ganzen eingehalten. Wir haben eher Probleme auch seitens der Europäischen Union, dann auch eine entsprechende Zahl von Geflüchteten aus der Türkei dann auch aufzunehmen. Das ist eher eine andere Schwierigkeit, wo es auch um die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union geht. Aber wir haben unseren Teil erfüllt und haben die Gelder zur Verfügung gestellt. Und jetzt werden wir in einem zweiten Schritt weitere drei Milliarden Euro zur Verfügung stellen, wenn die Bedingungen stimmen. Also bei dem Flüchtlingsabkommen habe ich keine großen Zweifel. Ich bin auch froh und dankbar, dass wir mit diesem Geld auch Geflüchteten helfen konnten. Stellen Sie sich vor, bislang werden nur 61 Prozent der Flüchtlingskinder beschult. Und ich möchte gerne, dass in der Türkei 100 Prozent aller Flüchtlingskinder beschult werden. Und wenn wir da als Europäische Union einen Beitrag leisten können, will ich den auch gerne leisten. Er dient ja auch der Stabilität, nicht nur der Türkei, er dient ja auch unserer Stabilität. Weil ich möchte nicht zu Verhältnissen zurückkehren, wo wir überhaupt keine Ordnung mehr in diesen Fragen haben. Aber ich will nicht spekulieren. Ich weiß nicht, wie das in drei oder vier oder fünf Jahren ist. Ich will aber bezogen auf diesen Punkt, wir würden ungedeckte Schecks ausstellen oder wir würden Blankoschecks ausstellen gegenüber der Türkei. Doch nochmal an eine Aussage auch aus dem Auswärtigen Amt erinnern, nicht nur von Heiko Maas und von vielen meiner Kolleginnen und Kollegen. Ich selber habe Mesale Tollo mehrfach in Istanbul getroffen und habe mich mit ihr ausgetauscht. Und habe immer wieder auch deutlich zu machen versucht, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten tun, was wir können, damit sie die Türkei verlassen kann, gemeinsam mit ihrem Kind. Und jetzt, als sie endlich die Türkei verlassen kann, haben wir nicht nur gesagt, wir sind froh, dass dies geschieht, sondern wir haben einen zweiten Satz hinzugefügt. Das reicht uns nicht. Es gibt noch weitere Inhaftierungen, politische Inhaftierungen, sieben an der Zahl. Wir erwarten, dass auch hier Freilassungen unverzüglich erfolgen. Und so lange kann es auch nicht diese Normalisierung der deutsch-türkischen Beziehungen geben, die sich sicherlich in der Türkei viele wünschen. Ich sehe dafür keine Grundlage. Wir brauchen weiterhin konkrete Taten, vertrauensbildende Maßnahmen in beide Richtungen. Und da bin ich sicherlich genauso unzufrieden über den derzeitigen Stand wie die Opposition und wie Cem Özdemir. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Schauen wir einmal voraus. Soweit man das heute einschätzen kann, wo steht die Türkei oder die Beziehung zur Türkei in einem Jahr? Schwer zu sagen. Erdogan wollte die absurde Macht. Er hat sie jetzt. Dadurch muss er natürlich jetzt auch die negativen Seiten der Macht auf sich selber beziehen. Er kann das jetzt nicht mehr abschieben auf andere. Das Einzige, was Erdogan gefährlich werden kann, ist er selber. Und da arbeitet er gerade mit Nachdruck dran. Darum finde ich es wichtig, dass wir immer deutlich machen, wir wollen eine starke Türkei als Partner. Aber wir wollen nicht einen starken Erdogan. Und das eine muss man vom anderen meines Erachtens deutlicher trennen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Ich habe ja Beispiele genannt, wie man einerseits deutlich machen kann, dass man solidarisch ist mit der Türkei, aber das eben nicht verwechselt mit Erdogan. Vergessen wir mal nicht, dieser Mann ist Staatspräsident geworden mit Methoden, mit denen er in einer normalen Demokratie das Amt nicht innehaben würde, das er heute innehat. Wir wissen, bei dem Referendum gab es knapp 50 Prozent. Wir wissen aber auch, wie es zustande gekommen ist. Also, wenn man das alles abzieht, dann sitzt der Mann dort offensichtlich zu Unrecht, wo er sitzt. Mindestens die Hälfte der Türkei, wahrscheinlich mehr, will eine andere Türkei, will eine demokratische, will eine europäische Türkei. Und denen muss unsere Solidarität gelten. Das heißt, wir müssen die Maßnahmen immer so treffen, dass wir deutlich machen, Die demokratische Türkei kann mit unserer Solidarität rechnen, aber ein Erdogan, dem sagen wir in aller Klarheit, in der Türkei, du musst die Leute freilassen. Und hier in Deutschland dulden wir nicht, dass hier ein Angstregime errichtet wird, unter dem türkische Oppositionelle Angst haben müssen. Herr Roth, Ihre Hoffnung, wo es hingeht, mit der Türkei selbst und dem Verhältnis zur Türkei? Ja, die neue Verfassung eröffnet natürlich dem Staatspräsidenten eine ungeheure Machtfülle. Und ich kann nur hoffen, dass auch vor dem Hintergrund der derzeitigen dramatischen wirtschaftlichen Lage Staatspräsident Erdogan erkennt, dass Rechtsstaatlichkeit ein hohes Gut ist und nicht nur so eine kleine Gefälligkeit gegenüber demokratisch naiven Menschen. Es ist auch im eigenen wirtschaftlichen Interesse. Und ich hoffe, dass es uns weiterhin in der Europäischen Union gelingt, mit einer Stimme zu sprechen gegenüber der Türkei. Wir dürfen uns auch in dieser Frage nicht auseinanderdividieren lassen. Und ich hoffe, dass die Türkei ihrer regionalen Verantwortung auch für Frieden und Sicherheit, nicht nur bezogen auf Syrien, gerecht wird. Und dass es uns gelingt, auch wieder zu anständigen Verhältnissen zurückzukehren, wo auch die Menschen in Deutschland mit türkischen Wurzeln nicht das Gefühl haben, Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse zu sein. Ich glaube, wir müssen aus dieser Blockade herauskommen, aus Europa, aus außen, aus sicherheitspolitischem, aber auch aus innenpolitischem Interesse heraus. Vielen Dank für die Diskussion, Michael Roth und Cem Özdemir. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Morgen Abend ist auch die Phoenix-Runde zurück aus der Sommerpause um diese Uhrzeit. Wir melden uns nächste Woche wieder. Das war Unter den Linden für eine besser informierte Republik. Vielen Dank.